Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In der kommenden Saison ist ja eine Sache klar. Es geht nur darum, nicht abzusteigen und das ist das einzige und klare Saisonziel. Dafür wird natürlich auch ein Trainer gesucht und der darf wohl auch ein paar Leute mitbringen, um sich sein Trainerteam aufzubauen. Denn während unser ehemaliger Trainer Dimitros Gramozis mit Sven Piepenbrock sozusagen nur ein Kurs mitgebracht hatte, gestehen wohl Peter Knebel und Ruben Schröder dem neuen Chef zu, mit zwei oder sogar drei Assistenten zu kommen. Und dadurch würde unser Trainer wirklich dann auch XXL werden. Denn man schraubt wohl an einer bestmöglichen Lösung, um einen teuren Wiederabstieg eben auch zu verhindern. Und deswegen darf der Nachfolger dann eben auch mit ein paar Altvertrauten umgehen. Und der aktuelle siebenköpfige Staff kann dann bis zu elf Mann betragen. Klar ist, cool zu da bleiben, er merkt Büskens und Matthias Kreuzer. Büskens dann auf jeden Fall sicherlich sogar eher nochmal mehr für die jungen Spieler. Matthias Kreuzer wieder mehr im analytischen, taktischen Bereich. Torwarttrainer ist ja aktuell Simon Hensler, das soll wohl auch so bleiben. Und Athletik- und Reha-Trainer sind ja ein Menger, Alexander Stork und Michael Schwerhoff. Und Spielanalyst ist ja Lars Gerling. Und somit könnte es dann dazu kommen, dass daneben noch zwei bis drei weitere Assistenztrainer plus der neue Chef-Trainer dazukommen. Wodurch dann natürlich das Trainerteam XXL wäre. Aber natürlich ist es jetzt auch nur im theoretischen Bereich. Beispiel Trainer Daniel Farke bringt immer seine zweite Assistenten mit. Das wäre dann so einer, wo das passiert. Natürlich kann es aber auch sein, dass ein ganz anderer Trainer kommt, der nur ein Code-Trainer mitbringt. Wodurch eben auch das Trainerteam nicht XXL wird. Aber zumindest will Schalke darauf vorbereitet sein und plant deswegen lieber größer als kleiner, um ihm auch den neuen Coach erstmal eine gute Facette bieten zu können. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.